Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Türchen Nummer 2 des Advent of Code Adventskalenders 2022 auseinandergesetzt. Dies ist nun ein paar Tage her. Ich bin in der Zwischenzeit leider nicht dazu gekommen, neue Videos aufzunehmen, aber das möchte ich jetzt aufholen. Dementsprechend werden heute oder jetzt die kommenden Tage mehr als ein Video pro Tag hochgeladen werden, bis ich wieder beim aktuellsten Türchen gleich auf bin. Aufgabenstellung heute. Ich möchte es vermeiden, den Text vorzulesen, der sich hinter den Türchen verbirgt. Das ist wie immer eine sehr süße Geschichte, die über 25 Tagen fortlaufend erzählt wird. Sie ist so süß und so gut, es lohnt sich selber auf die Webseite zu gehen und sich das zu Gemüte zu ziehen. Beziehungsweise möchte ich ja auch gerne dazu animieren, dass sich jeder selbst mit den Programmieraufgaben auseinandersetzt. Aber insofern, wir fokussieren uns also auf den Programmteil. Worum geht's? Wir haben ja wieder ein Demonstrations- oder Beispiel-Input. Sowie natürlich, wie jeden Tag, einen individualisierten Input. Jeder, der sich bei der Webseite registriert und mitmacht, bekommt eigens für ihn individuell einen Input. Wobei ich glaube nicht, dass man registriert sein muss. Ich glaube, man kann auch so mitspielen und bekommt dann trotzdem halt einen individualisierten Input. So, das heißt entsprechend, dass dann die absoluten Antworten, nach denen gefragt wird, die ist für jeden anders. Aber wie dem auch sei. Worum geht's? Wir haben hier eine scheinbar sinnlose Zusammensetzung von Buchstaben. Die ist zeilenweise zu durchforsten. Es geht darum, dass wir in jeder Zeile, das ist exakt eine gerade Anzahl von Buchstaben. Und diese Zeile ist in zwei gleich große Hälften zu unterteilen. Und es geht jetzt in jeder Zeile darum, jede Zeile ist von einer geraden Länge. Und in jeder Zeile gucken wir uns also die jeweiligen Hälften an, aus der sich die Zeile zusammensetzt. Und es geht darum, den einen einzigen Buchstaben zu identifizieren. Und hier gilt es, die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Also ein kleines A und ein großes A oder ein kleines K und ein großes K oder wie auch immer. Kleine und große Versionen des selben Buchstabens haben nichts miteinander zu tun. Das ist die Kleine und Großschreibung zu beachten. Es ist der eine Buchstabe zu identifizieren, der eine einzige Buchstabe, der sowohl in der linken als auch in der rechten Hälfte auftaucht. Also es ist nicht immer derselbe Buchstabe über alle Zeilen hinweg. Jede Zeile hat einen eigenen Buchstaben, aber es gibt pro Zeile exakt genau eine Buchstabe. Wir haben diesen Buchstaben zu identifizieren. Als Beispiel greifen wir uns mal hier die zweite Zeile heraus, wo sie gleichzeitig noch ein Spezialfall beinhaltet. Hier ist der Buchstabe das große L. Und das große L, das taucht hier einmal auf, ganz am Ende, hier kurz vorm Ende, also zweimal in derselben Hälfte. Und dann taucht es hier zwischendurch noch einmal auf. Ich meine, haben wir das hier im Beispiel irgendwo? Ah, nee, okay. Hier ist es auch der letzte Buchstabe der ersten Hälfte. Ich hatte gedacht, ob es vielleicht noch der erste Buchstabe der zweiten Hälfte ist, aber scheinbar wohl nicht. Ebenfalls aber das L taucht hier auch zweimal in der ersten Hälfte auf, es taucht zweimal in der zweiten Hälfte auf. Also dieser Buchstabe, der auf beiden Seiten vorkommen kann, der kann auch beliebig mehrfach auftauchen. Und die Häufigkeit muss links wie rechts nicht übereinstimmen. Jetzt ist es hier, L taucht zweimal links, zweimal rechts auf, aber es hätte auch einmal links, dreimal rechts auftauchen können, wie auch immer. So, wir haben also pro Zeile jeweils diesen einzigen Buchstaben zu finden, der dieses Kriterium erfüllt. Es gibt keinen anderen. Und jetzt ist es so, dass die Buchstaben haben alle eine Wertigkeit. Und zwar, die kleinen Buchstaben werden durchnummeriert von 1 bis 26, in alphabetischer Reihenfolge natürlich. Und die großen Buchstaben auch in alphabetischer Reihenfolge werden auch durchnummeriert, aber mit den fortlaufenden Zahlen ab 27. Da haben wir also die Nummern 1 bis 52. Zusammen mit den Buchstaben, die wir pro Zeile gefunden haben, in dem Beispiel ist es dann also PLPVT und S, finden wir dann also die jeweilige Wertigkeit dieses Buchstabens. Die summieren wir alle auf und das gibt uns dann das Endresultat, was in der ersten Teilaufgabe gefragt ist. So, ich habe meinen Input bereits runtergeladen. Es sind 300 Zeilen. Vielleicht ein ganz klein bisschen Hintergrundkontext. Jeder dieser Zeile soll im Sinne der Geschichte einen Rucksack darstellen. Ich finde das witzig, weil am ersten Tag habe ich, da war eine ganz andere Aufgabenstellung, aber aus dem Input des ersten Tages ergab sich implizit, wie viele Begleiter wir haben. Und das stellte sich heraus, wir haben 260 Begleiter. Und jetzt haben wir mit dem heutigen Tag 300 Rucksäcke. Es sind mindestens 39 Rucksäcke zu viel. Oder sagen wir extra. Besser zu viel als zu wenig, nehme ich an. Naja, egal. Das war nur so eine kleine witzige Feststellung slash Anekdote am Rande. Wie jeden Tag habe ich meinen Ressourcenloader oder Sourceloader. Da habe ich das Beispiel reingepackt, sowie auch die beiden Antworten, die für die beiden Teilaufgaben anhand des Beispiels rauskommen müssen, die man ja als Testfile für seinen Algorithmus verwenden kann. Als auch, ich habe eine Einlesemethode für meinen individualisierten Input. So, Part 1. Es gibt eigentlich nicht viel zu machen. Wir haben ja gerade schon durchgesprochen, was zu erledigen ist. Das ist keine sonderlich schwere Aufgabe. Also wir sind aus der Warm-Up-Phase noch nicht so richtig raus, weil ich ja gerade dabei bin, ein bisschen aufzuarbeiten. Tag 4, Tag 5. Tag 5 würde ich sagen, da sind wir jetzt schon aus der Warm-Up-Phase raus. Hier fängt es an, interessant zu werden. Das heißt nicht, dass es absonderlich schwer ist, aber hier ist es jetzt schon wirklich, dass man kurz drüber nachdenken muss, was man da eigentlich tut. Möglicherweise. Andere kommen. Vielleicht kommt ihr da zu einem anderen Schluss. Ich finde, ab Tag 5 scheint es gerade interessant zu werden. Wirklich faszinierend finde ich, wie sie es schaffen, bei diesem Advent of Code Kalender, wirklich in ganz kleinen Schritten die Schwierigkeitspegel anzuziehen in der ersten Hälfte des Kalenders. Das ist so eine Erfahrung aus dem letzten Jahr und dem Jahr davor. Das zieht wirklich langsam allmählich an. Das ist gut abgestimmt. Ich meine, ich habe schon mal einen Vortrag gehört von dem Initiator des ganzen Projektes, der da über die Arbeit redet, die sie da einem etwas größeren Kollektiv da leisten, diesen Advent of Code Kalender jedes Jahr vorzubereiten. Es nimmt sie auch wirklich die zwölf Monate in Anspruch. Also im Januar geht es dann schon wieder los, dann wird der Advent of Code für nächstes Jahr vorbereitet. Und dann zwölf Monate lang basteln wir diesen Aufgaben, Trial and Error, bis diese Aufgaben ihre Erwartung erfüllen. Und man merkt auch wirklich den Aufgaben an, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Das will ich an der Seite nochmal angemerkt haben. Sein großartiges Projekt. Jedenfalls. Also ich hole mir mein RAW, mein String rein, zerlege ihn in seine Zeilen, dann checke erst, dass die auch wirklich von einer geraden Länge sind, greife mir den Mittelpunkt raus, um daran die Zeile in die beiden Hälften, links und rechts, aufzuteilen. Und dann gehe ich die eine Hälfte Zeichen für Zeichen durch und prüfe, ob dieses Zeichen in der anderen Hälfte enthalten ist. Das ist natürlich nett, dass das eine Bit-In-Funktion von Python ist. Hier spart man sich also zwei, drei Zeilen Code. Falls das Zeichen in der zweiten Hälfte enthalten ist, dann prüfe ich, dass ich bis jetzt noch nichts gefunden habe. Dann habe ich jetzt was gefunden. Beziehungsweise, falls ich schon was gefunden habe, ob es exakt derselbe Buchstabe ist, weil sonst muss ich einen Fehler werfen. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt genau einen einzigen Buchstaben, der dieses Kriterium erfüllt. So, dieser gefundene Buchstabe wird dann über die verschiedenen Zeilen hinweg dann also zu allen gefundenen Buchstaben für alle Zeilen hinzugefügt. Und am Ende dann geht es um die Bewertung. Jetzt ist es so, dass ein einzelnes Dringzeichen, auch genannt Character, das gibt es in Python nicht. Es gibt keinen Datentyp Char. Aber den gibt es in C. In Python ist ja in C geschrieben. In C und C++. Da gibt es den Datentyp String und es gibt den Datentyp Character. Ein Character ist ein einzelner Buchstabe. Und eigentlich ist ein Character auf einer Tabelle, der sogenannten ASCII-Tabelle, beziehungsweise dann jetzt etwas moderner, der Unicode-Tabelle, finden sich dort die einzelnen Zeichen an einer Stellennummer. Und diese Stellennummer, die sind bei den Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge durchgehend und lückenlos. Und diese Stellennummer, die kann ich mir bei Python aber auch zurückgeben lassen. Ich kann mir die Ordnungszahl eines Buchstabens ausgeben lassen. Und davon ziehe ich die Ordnungszahl von klein a ab, wenn es sich um einen kleinen Buchstaben handelt. Hier prüfe ich, ist es ein Kleinbuchstabe oder ist es ein Großbuchstabe. Also wenn es ein Kleinbuchstabe ist, dann nehme ich es in der Ordnung, ziehe die Ordnung von klein a ab und addiere eins drauf. Wenn es ein Großbuchstabe ist, nehme ich auch die Ordnung, ziehe die Ordnung von Groß a ab und addiere 27 drauf. Und dann kommen wir genau, wie es in der Aufgabenstellung gefordert war, bei dieser konsequenten Durchnummerierung der Stellennummern raus. Und das kann ich dann einfach aussummieren und zurückgeben und das löst die erste Aufgabe. So, die zweite Teilaufgabe. Hier wird jetzt also der, wie typisch das ist, es gibt ja den einen Input für beide Aufgabenteilungen, jetzt wird der Input anders interpretiert. Eben gerade sind wir Zeile für Zeile durchgegangen und mussten jede Zeile in zwei Hälften teilen. Jetzt ist es so, wir nehmen jetzt immer konsekutiv drei Zeilen. Die werden dann auch nicht mehr in der Hälfte halbiert, sondern wir sind immer immer Blöcke von drei Zeilen. Also anhand des Beispiels erst diese drei Zeilen, dann diese drei Zeilen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, das ist der individualisierte Input. Bei mir sind es 300 Zeilen. Ich nehme mal an, bei jedem sind es 300 Zeilen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht weicht es bei dem einen oder anderen ab. Wie dem auch sei, es sind mehrere hundert Zeilen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Blöcke von drei Zeilen. So, wir gehen also immer drei Zeilen durch und jetzt geht es darum, den einzigen Buchstaben zu finden, der folgendes Kriterium erfüllt, nämlich, dass er in allen drei Zeilen auftaucht. Also in der ersten Teilaufgabe war der eine Buchstabe, der links wie rechts in seiner Zeile auftaucht. Jetzt geht es um den einen Buchstaben, der in innerhalb von drei Zeilen, in allen drei Zeilen auftaucht. Es gibt wieder nur diesen, es gibt nur diesen einen einzigen Buchstaben, der das erfüllt. Das heißt, hier ist der Twist eigentlich kein absonderlich großer Twist. Also statt jede Zeile zu halbieren, muss ich jetzt darauf achten, immer jede dritte Zeile zu iterieren. Aber es macht nichts. Somit kommen wir also zu Part 2. Ist also auch nicht viel wilder. Abermals zerlege ich mein RAW in seine Zeilen und jetzt ist Python auch wieder dankbar, ob das jetzt auch kein großes Stück Arbeit wäre, das dann zum Beispiel C++-Code zu übersetzen. Wie auch immer. Python bietet hier dankbarerweise ein paar handliche Funktionen an, dass man es mit ein paar weniger Zeilen-Code auch lösen kann. Wir können also unsere Lines oder Zeilen, die ich den RAW zerlegt habe, wir können hier sagen, ja, gehe Lines, geht einmal jedes dritte Element durch und dann außerdem gehe zeitgleich dieselbe Datenstruktur Lines durch, aber beginnend von der zweiten Zeile auch jede dritte Zeile ab und gehe ausgehend von der dritten Zeile jede dritte Zeile ab. Ja, also von der ersten, zweiten und dritten Zeile jeweils jede dritte Zeile. Also hiermit bekomme ich immer genau diese angeforderten Blöcke, die die Aufgabenstellung umschreibt. So, dann prüfe ich für jedes Zeichen in der ersten Zeile, ob es in der zweiten Zeile auftaucht und wenn ja, dann kommt es in meine Zwischenresultatliste, es sei denn, ich hatte exakt diesen Buchstaben schon und dann gehe ich meine Zwischenresultatliste durch und prüfe, wer davon auch in der dritten Zeile vorkommt. Und wenn es mehr als einen Buchstaben gibt, der in der dritten Zeile vorkommt, werfe ich einen Fehler. Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe vergessen, den Fall abzufangen, wenn gar keiner von denen vorkommt, aber egal, das Programm ist mir nicht um die Ohren geflogen, ich habe nicht um die Ohren geflogen, und ich konnte dann meine Aufgabe lösen. Jedenfalls, der eine Buchstabe, der am Ende übrig bleibt, der wird also meiner Gesamtliste gefundener Buchstaben hinzugefügt und dann wird wieder eine Summe gebildet, genau wie in der ersten Aufgabenstellung auch, also dieselbe Kennzahlensystem gilt hier auch, sondern also auch wieder für jeden Buchstaben, den wir pro alle drei Zeilen identifizieren, seine Ordnungszahl, also seine zugeordnete Zahl identifizieren, aufsummieren, und das ist dann die Endantwort, und das löst dann auch schon Tag drei, Türchen Nummer drei. Ja, wenn euch gefällt, was ich hier tue, like and subscribe, mein Kanal bitte, das hilft mir, ich verdiene kein Geld mit meinen Videos, weil ich meinen Kanal nicht monetarisiert habe, wenn ihr also Werbung von meinen Videos seht, das ist YouTube, nicht ich, aber es hilft mir trotzdem, wenn ihr liked und subscribt, weil ich gerne sehen möchte, ob Leute sich überhaupt für meine Videos interessieren, und möglicherweise, falls ich mal eines Tages eine kleine Community anhäufen kann, um mit ihr zum Beispiel über Discord-Interaktion zu treten, um über coole Coding-Projekte zu reden, oder so etwas, was weiß ich, wie dem auch immer, wie dem auch sei, gerne liken, gerne subscriben, und dann schauen wir einfach weiter, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Türchen, vielen Dank und ciao, ciao!